Wir werden diese Stadt beschützen. Ja, werden wir! Hast du dir wehgetan? Nicht der beste Stadt. Ja, guter Zeug. Hm, dich behalte ich im Auge. Hä, was für ein Spinner? Gib's zurück! Versuch's doch! Hört auf, andere zu schikanieren, verstanden? Wow, das sieht cool aus. Damit werde ich spielen. Wer hat sich den geschnappt? Halt, ich verhafte euch! Stopp! Es ist wahrscheinlich nur ein Pechtag. Was ist passiert? Meine Katze! Na komm her! Na komm schon! Lass mich nicht fallen! Ah, Ginger! Ich bin so glücklich! Was für ein verschwendeter Tag! Keine Panik! Piro wird sich darum kümmern! Zurück! Sie können fahren! Fast fertig! Da da! Sehr gut gemacht! Oh nein! Das überrascht mich nicht! Kaffee vielleicht? Gib mir das Geld! Schnell! Wow, was für eine Auswahl! Willkommen, liebe Polizisten! Was möchten Sie denn? Einen schwarzen Kaffee, bitte! Einen Moment! Bitte sehr, viel Spaß! Der Tag wird von Minute zu Minute besser! Wo ist mein Zucker? Mach keinen Mucks! Warte auf mich! Das Böse wird bestraft! Bitte nehmen Sie das! Ich danke Ihnen! Wie können wir da Nein sagen? Oh, was macht ihr das? Was ist denn hier los? Oh! Ihr habt die höchste Auszeichnung verdient! Wir haben es geschafft! Keine große Sache! High Five! Machen wir weiter, Partner! Mal sehen, was es Neues gibt! Oh, eine Party! Und ich bin eingeladen! Juhu! Zeit, sich rauszuputzen! Okay, mal sehen, welche Schätze ich habe! Nicht schlecht! Was? Mein Puder ist alle? Wer hat es benutzt? Was ist mit meiner Foundation? Ups! Wenigstens habe ich tollen Eyeliner! Oder auch nicht! Vielleicht Lippenstift? Nein? Warum passiert mir das? Zeit für einen Einkaufswummel! Ich wusste nicht, dass es diese Preise gibt! Echt jetzt? Ist das nicht viel zu teuer? Das ist alles, was ich habe! Ich werde zu Hause bleiben müssen! Oh nein! Ich habe alles, was Sie brauchen! Wirklich? Zeigen Sie es mir! Hier lang! Worauf lasse ich mich da nur ein? Ausgezeichnete Qualität! Nur 200 Mäuse! Hier haben sie! Die vierte heute! Kannst kaum erwarten, alles auszuprobieren! Diese Pätschen sind so rutschig! Irr! Egal, ich probiere das! Was ist hier los? Hilfe! Vorsichtig! Warum ist meine Haut nach dieser Maske schlimmer geworden? Hä? Weißt du, was hier los ist? Diese Foundation ist nicht für Birnen gemacht! Wen kann ich so beeindrucken? Nein! Ich gebe nicht auf! Lippenstift brauche ich! Oder auch nicht! Hä? Was ist das? Ich bin gerettet! Brabes Kätzchen! Wer braucht meine Hilfe? Ich! Nur du kannst mich retten! Atemberaubend! Zeit zu zahlen! Das ist für dich, Schatz! Okidoki! Was? Bis zum nächsten Mal! Also, Zeit zu gehen! Papi, nein! Papi muss los! Ich will deinen Hut! Ich mach das! Danke! Ich will Papi helfen! Hab einen schönen Tag, Schatz! Sehen uns am Abend! Ja! Ja! Endlich! Ich kann die letzte Folge gucken! Gemütlich! Du kussisch! Du kannst mir nicht! Äh... Äh... Au! Au! Nein! Hände hoch und raus aus dem Wagen! Nein! Mein Auto! Nicht so schnell! Gutes Auto! Hat Papi geheißen! Was? Schätzchen, was machst du hier? Oh Gott, Papi! Steig ins Auto! Hi-Fi! Zusätzliche Arbeit! Na toll! Guten Morgen! Hallo! Hi! Tada! Vielen Dank für Ihre Hilfe! Hi-Fi! Oh nein! Mein Baby! Haben Sie mein Baby gesehen? Hier nicht? Hier auch nicht? Wo dann? Oh nein! 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 Hi! Lass uns spielen! Oh nein! Du wirst mir sagen, wo das Geld ist! Du fahrt! Ich weiß überhaupt nichts! Okay, das ist deine Entscheidung! Ah! Aha! Lass uns spielen! Nein! Ich will mein Auto! Zuck! Das war ein großer Fehler! Wo ist die Tasche mit dem Geld? Ich hab keine Ahnung! Du wartest hier drin auf mich! Ah! Ich hab mir fern! Das war's! Ah! Polizei! Hände hoch! Okay, okay! Nicht schließen! Hände über den Kopf! Ah! Papi! Du kommst mit mir mit! Ja! High Five! Wir müssen ganz leise sein! Papi! Spiel! Hey, ich bin zu Hause! Hi! Hilfe! Hilfe! Okay! Huh? Nicht bewegend! Oh! Sauber! Hm! Wow! Oh! Das ist widerlich. Also, das ist die neue Schülerin. Ich möchte euch daran erinnern, dass wir dieses Wochenende campen gehen. Wo ist das neue Mädchen? Ich komme wieder. Lasst uns die Zelte aufstellen. Eine Hütte, bitte. Das ist ein echtes Haus. Es ist Essenszeit. Neues Mädchen, du bist dran. Brenne. Okay, ich verstehe schon. Brenne. Mach mal Platz. Voila. Tisch, bitte. Voila. Sei nett zu dem neuen Mädchen. Bitte sehr. Guten Appetit. Igitt. Das wirst du mir büßen. Ich werde Essen bestellen. Hallo? Hallo? Was ist los? Ich muss es aufladen. Du kannst hier nichts aufladen. Warum? Weil wir im Wald sind. Was? Nein. Nein. Danke, Fremder. Danke, Fremder. Ich kenne eine gruselige Geschichte. Was? Oh. Okay, eine Geschichte noch. No, no, no. No, no, no. Hey, ich hab Angst. Ich weiß. Kann ich neben dir schlafen? Das ist die perfekte Stelle. Danke. Bitte sehr. Ja. Wer ist da? Was ist passiert? Geld, Geld, Geld. Gut gemacht. Tut mir leid. Was? Schon wieder? Hey, Hübsche. Ich kann dich sehen. Hä? Widerlich. Na ja, wenigstens hab ich dich. Geronimo! Oh? Endlich kann ich's tun. Alter! Wow! Die Wissenschaft kann man nicht einsperren. Oh, Schreck! Schon wieder? Der Knast hat mir nichts beigebracht. Gut gemacht. Das haben wir gar nicht bemerkt. Das zahl ich dir heim. gib mir deine... Gib mir deine... Gib mir deine Koje! Mama, nur noch eine Minute. Warte, was? Hör sofort auf damit! Okay, ich hab aufgehört. Oh, es war gerade noch hier. Hör auf, auf meinem Klopapier rumzukritzen. Papier für Papier, Bruder. Ich werde... Ich werde... Ich werde hier abhauen. Du bleibst hier, Muskelprotz. Wenn ich bleibe, bleibst du auch, du Nerds. Hä? Tja. Heile Bewegung! Du hast den Schaum noch nicht aus dem Gefängniskloß rausgeholt. Du entkommst mir nicht. Die macht der Bücher. Wenn du fliehen willst, musst du mit mir fliehen. Schon wieder, hm? Das war der letzte. Kein Donut, keine Flucht. Meine schönen Muskeln werden noch zu einem neuen besorgen. Nicht wie ich es geplant hatte, aber es hat geklappt. Pass auf, dieses Ding ist stärker als Goethe's Faust. Ich spüre unglaubliche Kraft. Der Gefängnisexpress in die Freiheit. Steig ein! Hey, sag mal, wie landen wir? Upsi! Oh nein, nicht schon wieder. Schätze, der Sprit ist doch nicht aufgebraucht. Das ist der perfekte Fluchtplan. Ich hoffe, der Nerd hat bald einen neuen Plan. Seltsam. Viel schöner ist es doch bei Kerzenlicht. Gehen Sie weiter. Komm schon! Mein Bauch tut weh. Ich werde Ihnen helfen. Das sollte genügen. Trinken Sie das. Das ist Medizin. Alles austrinken. Besser? Alles klar. Alles klar. Dann unterschreiben Sie. Entschuldigung. Ich bin frei. Ich habe meinen Stift vergessen. Ron, reich mir das Popcorn. Danke. Warum hast du den Fernseher ausgeschaltet? Hab ich gar nicht. Mama! Hey, nicht so schnell. Seltsam. Ron! Mama! Du hast angefangen. Mama! Zeig mir den Geist. Abrakadabra! Du bist ein Geist. Du kannst mich sehen? Das kitzelt. Dein Werk? Warum bist du so wütend? Magst du sie? Hast du Angst, dir näher zu kommen? Ich werde dir helfen. Das nicht. Genau, was du brauchst. Mama, Papa, guckt mal. Arme Leiser. Geh zu ihr. Ich habe Angst. Nein, 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 nein. Das ist doch unmöglich. Was geht hier vor? Das ist ein Geist. Oh, keine Angst. Schaut mal. Er wird uns nicht mehr erschrecken. Hey, mach den Fernseher wieder an. Eigentlich bin ich hier. Du brauchst jetzt etwas Schlaf. Gute Nacht. Was ist los? Feuer? Erdbeben? Ich hole unser Stavari-Kit. Gut, dass ich vorbereitet bin. Fertig. Es ist das Baby-Piro. Lass mich raus. Was machen wir jetzt? Wir müssen ins Krankenhaus und zwar sofort. Okay, beruhig dich. Soll ich dich tragen? Ich schaff das schon. Du bist so dickköpfig. Warte, ich helfe dir. Wir müssen uns beeilen. Oh nein, schon wieder. Ja, ich weiß. Siehst du, es hat geklappt. Sehr clever. Vorsicht. Danke, Schatz. Oh nein. Den Leuten ist das total egal. Oh, komm Sie rein, komm Sie rein. Stopp. Schauen Sie sich Ihre Füße an. Aber wir müssen rein. Wir stülpen auch Schuhüberzieher drüber. Okay, aber nicht ausziehen. Schneller, Piro. Es will raus. Ich komm nicht runter. Ich komm nicht runter. Kein Grund zur Panik. Ich mach das. Oh, danke. Dein Bett. Darf ich? Sollte das nicht andersrum sein? Was soll's? Zeit für einen Check-Up. Wie geht es Ihnen? Warte, was? Irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Oh, verstehe. Ah. Ups. Wow, wie kreativ. Ich komm noch. Lecker. Hier, das wird Ihnen helfen. Ich bin so müde. Einen Moment noch. Sie werden sich gleich besser fühlen. Oh, wie niedlich. Jetzt wird Ihnen nicht mehr kalt beim Warten. Schlafen Sie gut. Na endlich. Wir kommen. Was? Hä? Äh, nein. Äh. 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 Ich will das ganze Zeug nicht. Ich kümmer mich selbst darum. Herzlichen Glückwunsch. Nein. Nein. Oh, Gott sei Dank. Die Babys. Alle meine? Wer ist das? Puh. Moment. Aber wo ist dann Lisa? Lisa. Lisa. Haben Sie meine Frau gesehen? Tut mir leid, habe ich nicht. Lisa. Haben Sie meine Frau gesehen? Ich glaube, sie ist vor einer Stunde rausgegangen. Ah. Da ist sie. Lisa. Ich komme. Ah. Ich muss schon wieder rein. Niemals. Wow. Ah. Jetzt bist du dran. Sicher? Ich glaube, du bist dran. Hä? Ah. 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 Schusch. Nein, bitte nicht. Ah. Ah. Sch. Alles okay. Schlaf weiter. Schlaf weiter. Ah. 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 Oh, meine Süßen. Ah. 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 Klein und niedlich. Im Gegensatz zu dem hier. Aber ich habe keine Wahl. Oh. Äh. 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 Oh, Schatz, du hast Hunger. Äh. 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 Nein, wie konnte ich das nur vergessen? Äh. 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 Oh, oh. Mehr ist hier nicht drin? Und was, wenn... Nein, nein, nein. Das geht nicht. Ah. Dann wasche ich die Wäsche. Äh. Oh nein, sieben Uhr. Schon? Äh. Äh. Warte. Ah. Äh. Nächstes Mal, Liebling. Okay? Guten Appetit. Äh. Warte, Lisa, das mag ich nicht. Ups, sorry. Sorry, das ist eins. Lisa, ich bin spät dran. Ich komme, ich komme. Da hast du's. Danke. Papa. Komm und sag tschüss zu Papi. Oh, oh, oh. Die Karte. Also. Was ist denn damit passiert? Ups. Tschüssi, hab einen schönen Tag. Also, zeigt mir, was ihr habt. Hm, hm. Oh, ist das falsch? Oh. Hm, hm. Raus hier! Hey, was macht ihr? Schon wieder eine 6. Denk nicht mal dran. Komm schon, korrigiere deine Note einfach ein bisschen und das war's. Selbst ein bisschen ist nicht möglich. Meiner Meinung nach ist ein bisschen total möglich. Hey! Geh und mach's. Du brauchst die Note. Hauptsache, ich werd nicht erwischt. Also, wo hab ich meinen Rucksack gelassen? Haha, da ist er! Hey, was macht sie denn da? Wo ist mein Engel? Ihnen geht's gut. Hey, du Verschneller, ich bin spät dran! Du weißt, was zu tun ist. So ist's besser. Hallo, Lisa! Hi, Piro! Was machst du denn hier? Oh, das hab ich nicht von dir erwartet. Bitte, Piro, sag's nicht der Lehrerin! Ich muss nachdenken. Aber das ist schwer auf leerem Magen. Das Problem kann ich lösen. Hey, wir sind uns einig! Das sind die Aufgaben für diese Stunde. Ich hab zu viel gegessen. Ja, er hat zu viel gegessen. Oh, komm schon! Gib mir doch einen deiner Bleistifte. Meiner ist runtergefallen. Nein! Das sind meine Lieblingsstifte! Piro, hast du die Lösungen? Nein! Ich wollte nur nach einem Bleistift fragen. Ihr Mittagessen, Mister! Nein, ich will was anderes. Möchten Sie etwas Süßes? Ich will was anderes! Vielleicht Pizza? Dann bleibt nur noch das hier. Genau, was ich wollte! Danke! Das hab ich dir schon gebracht! Wie kann man nur so dumm sein? Also, ich hab auch was zu sagen. So schwer! Hey, Lisa! Bitte, hilf mir mal. Ich weiß, dass du mir immer gerne hilfst. Gib schon her! Vorwärts, mein Pferd! Pferd? Ich werd dir gleich Pferd! Pferde benehmen sich nicht so. Brabes Pferd! Was? Da sind Steine drin? Ups! Okay, bringen wir das in Ordnung. Frau Lehrerin! Piro hat seine Note verbessert! Wie kannst du es wagen? Geht zur Direktorin! Aber Lisa hat auch... Ich will nichts hören! Das kannst du alles der Direktorin erzählen! Oh, oh, oh. Zu weit weg. Wird schon nichts Schlimmes passieren. Jetzt ist alles sauber. Wer war das? Das wirst du mir büßen. Wow, ich hab einen. Der Fisch ist ja riesig. Du vermüllst ja alles. Was? Hallo. Was hat er getan? Hat Müll ins Meer geworfen. Was? Das mach ich nie wieder. Lebenslange Freiheitsstrafe. Die ist wieder nass. Dann auf die altmodische Art. Autsch. Okay, so geht's. Blöder Helm. Oh, armes Früchtchen. Hm. Trink was. Bier. Ekelhaft. Ich danke dir. Ich danke dir. Was zum... Ist doch lächerlich. Hm. Oh. aha. Hä? Hä? Schon besser. Wo ist der Schnurrbart? Was ist hier los? Ein lebender Schnurrbart. Mein Junge, wo bist du? Mein Haustier. Mach das sauber. Langsam wird's seltsam. Ich weiß. Pirro. Pirro. Ich werde ihn retten. Das ist ja ekelhaft. Fertig. Ich brauch noch mehr. Du darfst kein Fisch essen. Nicht so übel. Hey. Eine Nachricht für dich. Morgen früh werde ich dich retten. Meine geliebte Lisa. Würmer, Würmer, Würmer. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Danke, dass du mich gerettet hast. Hey, du. Hol dein Müll da raus. Auf keinen Fall. Okay, okay.